Die Rumänien AG des Elsa-Brandström-Gymnasiums aus Oberhausen unterstützt bereits seit 14 Jahren Familien im rumänischen Lipova mit Spendenaktionen, aber auch durch Hilfe vor Ort. Wöchentlich planen sie Kuchenverkäufe und bieten Caterings an. Das ganze Jahr übersammeln sie Kleiderspenden und organisieren auch deren Transporte. Dabei packen immer alle mit an. Viele Spenden sammelt die AG durch die Charity-Konzerte No Rock. Zweimal im Jahr organisieren sie die Events, die schon im Vorfeld viele Planungstreffen beanspruchen. Die Konzerte kommen immer richtig gut an und darauf ist das Team auch sehr stolz. Zu Weihnachten und Ostern packen die Projektmacher Geschenke für die Familien. Wir sind aber auch selbst vor Ort und organisieren jährlich ein Workcamp. So ist aus der Partnerschaft eine echte Freundschaft geworden. Wir haben in unserem Projekt sehr viel erreicht, zum Beispiel die Freundschaft zwischen dem Osten und dem Westen. Bei gemeinsamen Bauarbeiten leisten die Jugendlichen praktische Hilfe und lernen sich besser kennen. Zu Hause berichten sie von ihren Erlebnissen, um weitere Mitstreiter für dieses tolle Projekt zu gewinnen. Ist was fehlt in unserer Welt? Wir sind von der Kuh! Die Frage nach dem Sinn, ja.